Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Technik-Helden-Video hier auf dem Konrad-YouTube-Kanal. Heute beschäftigen wir uns einmal mit dem Thema Saugroboter. Wir schauen uns unterschiedliche Modelle an und gehen einfach mal der Reihe nach durch, was es da alles für Unterschiede gibt. Natürlich habe ich diesmal nicht ein, sondern direkt zwei große Pakete von den Jungs und Mädels von Konrad zugeschickt bekommen. Und da drin waren natürlich die ersten Saugroboter. Den Anfang macht ein komplett einfaches Basismodell. Der Medion MD18600, der hat, auch wenn er wirklich nur ein einfaches Modell ist, schon viel mit den anderen da draußen gemein. Und zwar zum ersten, die runde Form, die hat sich durchgesetzt. Dann, unten drunter in der Mitte, ist die Öffnung, wo die Luft eingesaugt wird. Davor befinden sich zwei rotierende Bürsten, die dann die ganzen Teile, die Fussel, die Staubkörner, alles, was halt weggesaugt werden soll, versuchen vor, diese Öffnung zu transportieren, damit das Ganze in den Auffangbehälter kommt. Der Auffangbehälter, den erreicht man von oben unter dieser Klappe, ist dann dieser Auffangbehälter. Da ist auch nochmal ein Luftfilter und den muss ich dann, sobald er voll ist, je nachdem, wie groß meine Wohnung, mein Haus ist, je nachdem, wie viel Fläche und wie oft ich den fahren lasse und vor allem, wie viel Schmutz ich habe. Denn in dem Moment, wo ich, ich sag mal, Kinder und Tiere habe, da kommt ja auch mehr zusammen, als wenn ich einfach nur in einer Single-Wohnung wohne. Diesen Behälter muss ich dann gelegentlich ausschütten und dann setze ich ihn wieder ein und dann ist das Ding wieder fahrbar. Jedoch, das Aktivieren, das Bedienen von dem Ding ist sehr einfach und rudimentär. Ich habe hier oben einfach vier Tasten, ich kann ihn fahren lassen, ich kann einen Timer setzen, ich kann ihn dann auf eine Stelle setzen und da dann nochmal saugen lassen in so einem gewissen Bereich. Aber ich habe nicht wirklich viel Kontrolle über ihn. Das reicht aber trotzdem aus, um halt, ich sag mal, ein einfaches Zimmer, wo der dann sich rumtastet, wo der versucht rumzufahren und sich vortastet, mehr oder minder gut zu saugen. Für einen Teppich ist das eher nicht geeignet, das ist was für einen flachen Unterboden. Da, wo ich Laminat habe, vielleicht Parkett, vielleicht Fliesen, vielleicht PVC-Boden in der Küche. Aber von der Bedienung, wie gesagt, habe ich da nicht so wirklich viel Kontrolle. Dazu kommen wir jetzt in der nächsten Kategorie. Da haben wir uns jetzt für den Ecovacs D-Bot Osmo 610 entschieden. Der bietet jetzt für die Steuerung ein weiteres Feature und zwar eine Fernbedienung. Mit dieser Fernbedienung kann ich den dann auch steuern und muss nicht immer zum Saugroboter hingehen, sondern kann aus der Ferne sagen, hier, fahr los oder Pause, jetzt einmal kurz ruhig oder fahr zurück zur Basisstation. Das ist natürlich schon mal eine nettere Art der Bedienung. Vor allem, was weiß ich, ich sitze am Schreibtisch, ich sitze auf dem Sofa oder ich komme gerade nach Hause und greife mal eben hin und sage, jetzt fahr oder noch andersrum. Besser wäre es ja wahrscheinlich viel besser. Ich verlasse das Haus jetzt und drücke einmal auf die Fernbedienung. So, und wenn ich dann nach Hause komme und will meine Ruhe haben, dann drücke ich nochmal drauf. Das Ding macht Pause oder fährt wieder zurück zur Basisstation und dort lädt sich dann der Saugroboter auf. Das machen die übrigens auch alle. Das ist auch schon mal ein bisschen schöner und vor allem mit so einer publigen Fernbedienung hört es dann ja nicht auf. Ich meine, wir haben 2020, das gibt es zwar auch schon etwas länger. Natürlich gibt es hier auch wieder eine App. In dieser App kann ich auch wieder den Saugroboter fahren lassen. Da habe ich einige Bedienungsoptionen. Auch da kann ich dann zum Beispiel sagen, fahr vor, zurück. Im Endeffekt wie so ein ferngesteuertes Auto kann ich auch dann mit dem Sauger zum Schmutz fahren. Was weiß ich, ich habe da gerade die Chipstüte entleert und dann kann ich ihn da hinsteuern und dann fährt er genau da, wo ich ihn bediene. Das geht auch über die App. Und in der App kann ich dann auch wieder sagen, naja, ich stelle gewisse Zeiten, ich mache einen Timer oder solche Sachen. Das funktioniert. Jedoch sind wir hier noch nicht in der Kategorie, wo ich Karten von meinen Zimmern oder von meinem Haus erstellen kann. Was wir dafür aber haben, ist zusätzlich zur Saugfunktion noch eine Wischfunktion. Bedeutet, diese Saugroboter haben dann einen eingebauten Wassertank. Da fülle ich dann Wasser ran. Und es gibt Zubehör, das ist in der Regel auch dabei, wobei da gibt es auch so und solche. Dann stecke ich zum Beispiel so einen Wischmob dran oder im Endeffekt ist es nur ein Tuch, was ich selber dann auch auswaschen kann, nochmal selber waschen kann. Aber dieses Tuch füllt sich dann mit Wasser aus dem Wassertank und das gleitet dann über den Fußboden. In unserer Basisversion habe ich da nicht wirklich viel Einfluss auf den Wasserdurchfluss. Aber das reicht um, naja, so leichtes Wischen. Das ist mal so ein leichtes Feuchtdurchwischen. Das ist, kann man sich so vorstellen, als ob ich mit einem nassen Lappen über den Fußboden gleite. Das reicht um so einen leichten Schmutzfilm oder Staubfilm zusätzlich noch zu entfernen. Oder ansonsten lasse ich ihn zweimal oder dreimal fahren. Das funktioniert. Jedoch das Ganze wirkt dann nicht, wenn ich, was weiß ich, Limo verschüttet habe und die ist dann schon eingetrocknet. Und ich habe dann so Knas auf dem Boden. Dafür fehlt den Geräten einfach der Druck. Das ist einfach nur wie mit einem Tuch über diesen Boden gleiten. Jedoch ist das schon mal eine nette zusätzliche Funktion, die ich, je nachdem bei meinem Boden, zum Beispiel nicht missen möchte. Aber jetzt kommen wir wiederum zur noch einen besseren Kategorie. Und zwar auch hier. Die Navigation ist besser und auch die Bedienung in der App. Und zwar haben wir jetzt hier einen Xiaomi Roborock der S5-Reihe. Und da fällt dann direkt oben drauf, ich habe hier dieses Dach. In diesem Dach sozusagen ist ein rotierender Laser verbaut. Der dreht sich die ganze Zeit und vermisst meine Bude, meine Wohnung, mein Haus. Die Umgebung wird hier nochmal deutlich besser vermessen. Und mit diesem Laser habe ich dann auch in der Möglichkeit, in der App eine Raumkarte zu haben. Oder eine komplette Wohnungskarte, wo dann die ganze Wohnung vermessen wird. Wo die ganzen Zimmer eingezeichnet sind. Wo ich dann auch hingehen kann und zum Beispiel sagen kann, hier soll nicht gewischt werden. Oder da soll nicht gesaugt werden. Da kann ich dann so Grenzen ziehen. Weil, was weiß ich, er soll halt nicht zu nah an irgendeine Stelle, warum auch immer, im Zimmer sein. Und ja, man könnte damit natürlich auch Treppen abgrenzen. Jedoch, das ist auch was, das haben inzwischen auch die alle Staubsauger-Roboter. Die haben Sensoren auf der Unterseite an den Rändern verbaut, dass sie Stufen erkennen, dass sie Abgründe erkennen und da gar nicht erst runterfahren. Und nach unten ist das eine, es geht aber auch nach oben. Was ist mit Türschwellen? Ich habe hier, Pi mal Daumen, zwei Zentimeter aufbauen können. Zweieinhalb Zentimeter schaffen die eigentlich alle ganz gut. Man muss sich ja nur die Räder an der Unterseite angucken. Da hat man gewisses Spiel. Und die Dinger sind auch durchaus flott unterwegs. Aber hier habe ich jetzt bei der S5-Reihe, sage ich jetzt mal, oder auch wenn wir mal bei EcoWorks bleiben, in der 900er-Reihe, in der App nochmal zusätzliche Möglichkeiten, dass ich sagen kann, gezielt steuern kann, gehe da hin. Zum Beispiel diese Chipstüte, da muss ich da nicht einfach hingehen und sagen, mit den Tasten sozusagen den Staubsauger-Roboter dahin bewegen. Oder noch schlimmer, ich muss ihn selber dahin tragen. Das will man ja nicht, wenn man so einen Roboter hat. Sondern ich drücke dann einfach auf die Stelle und dann macht er ja da eine Bereichsreinigung und saugt die Chipskrümel weg. Oder auch noch was, ich habe mehr Kontrolle über die Saugleistung. Ich habe eine Teppicherkennung oder ich kann Teppiche eintragen, wo sie sind. Und wenn ich so eine automatische Teppicherkennung habe, dann funktionieren die auch so. Dann fahren die beim Saugen rauf und erhöhen die Saugleistung, um aus den Teppichporen nochmal mit mehr... Naja, da brauche ich halt mehr Saugkraft, um da Fussel und Dreck rauszuziehen, als wenn ich einen glatten Boden habe. Gleichzeitig ist das auch sehr komfortabel, wenn ich diese Wischfunktion aktiviert habe, dass der dann mit diesem feuchten Lappen gar nicht erst auf den Teppich rauf fährt. Und das ist etwas, sowohl diese verbaute Lasersteuerung als auch diese Mehroptionen in der App würde ich auf jeden Fall persönlich nicht mehr missen wollen und würde ich auch ganz klar zu raten. Und dann gibt es natürlich auch noch die Luxuskategorie, was diese Saugroboter inzwischen auch haben. Das sind dann aber die teuren Spitzenmodelle. Dann gibt es da Modelle, die haben sogar eine Kamera eingebaut. Dann kann ich aus der Ferne meine Wohnung, mein Haus überwachen und kann da gucken, wie sieht es gerade zu Hause aus. Oder es gibt auch Geräte mit Absaugstationen. Das ist dann auch sehr schön, da muss ich nicht alle paar Mal selber gucken, diesen Beutel da entleeren oder diesen Käfig rausholen oder diesen Behälter rausholen, sondern ich gehe nur noch alle einmal im Monat, nehme ich dann sozusagen so den Staubsaugerbeutel aus so einer Absaugstation, was auch komfortabel ist. Aber wie gesagt, da ist man dann schon im Luxussegment. Was alle Saugroboter aber gemein hatten war, Nummer 1, die Akkulaufzeit. Natürlich gibt es da Unterschiede. Einige schaffen anderthalb Stunden und je höher preisig eigentlich ist die Akkulaufzeit mehr. Jedoch sind die alle in der Lage, wenn der Akku leer ist, sie haben sie aber noch nicht fertig gesaugt, wieder zur Basisstation zu fahren, sich wieder aufzuladen und dann fahren sie entweder weiter oder sind wieder für den nächsten Einsatz bereit. Und naja, bei meiner Wohnung hatte ich jetzt überhaupt gar keine Probleme, da nicht hinzukommen. Aber ich denke mal so, na was sagen wir, 75 bis 90 Quadratmeter schaffen die eigentlich in der Regel alle mit einmal, also in einer Natur durchzuwischen oder durchzusaugen. Da muss man sich keine Gedanken zu machen. Zweiter Punkt, der Lärm. Hier sollte man sich keine Illusionen machen. Das sind Staubsauger. Die machen Lärm. Natürlich sind die höheren preisigen Modelle da auch in der Regel was leiser und haben auch verschiedene Stufen. Dass ich mir da auch nicht wirklich Gedanken machen muss über Leute im Nebenzimmer oder sogar noch meine Nachbarn. Das geht. Aber die einfachen Modelle, die haben diese Leistungsregulierung nicht. Die saugen damit voller Kraft. Und das hört man. Da will man dann auch in der Regel nicht im gleichen Zimmer sein, sondern aber ist man ja sollte oder ist sowieso nicht erstrebenswert. Ich meine, man holt sich diese Dinger, um dann aus, dass die die Arbeit machen, wenn man nicht zu Hause ist. Und das ist dann wiederum der Vorteil, wenn ich dann Saugroboter habe, die ich dann mit einer App aus der Ferne steuern kann. Ganz großer Vorteil. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer kurzen Übersicht. Ich hoffe, wir konnten euch einige Fragen beantworten. Zeigen, wo sind die Unterschiede? Welche verschiedenen Kategorien und Funktionen gibt es? Und lasst doch mal gerne hören. Schreibt es unten in die Kommentare. Habt ihr selber einen Saugroboter? Kann der auch wischen? Oder sagt ihr, nee, das ist doof, das brauche ich nicht, das mache ich alles lieber von Hand? Und mehr Informationen zu den ganzen gezeigten Produkten gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, aber auch auf der Konrad Homepage. Und wie immer gilt, das ganze Konrad Technik Helden Team freut sich natürlich über ein Abo und Daumen rauf. Und das Wichtigste, wenn ihr auch beim nächsten Technik Helden Video wieder mit dabei seid. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Musik